Guten Morgen Leute, so ich mache gerade Frühstück, habe nur irgendwie das Problem, dass ich keinen Peil habe, wie lange unsere Brötchen da im Ofen sein müssen. Weil irgendwie steht hier nichts mehr und ich finde nicht dieses Stück, was ich da scheinbar abgerissen habe. Aber ich glaube, ich werde es jetzt einfach mal bei 180 Grad für zehn Minuten und dann gucke ich. Jetzt muss ich mal auf Gefühl machen. Ich habe echt kein Peil, wo ich dieses Stückchen getan habe, dieses Teil, wo das draufsteht. Weißt du das? Hä? Meinst du das? Nee, ne? Du willst nur dein Essen. Ja. Und ja, mein Video ist gerade online gegangen. Ich werde jetzt gleich der Elementie bearbeiten und mich dann wieder weiter ans Drehen machen. Gestern haben wir ja auch acht Stunden, glaube ich, gedreht. Ist gut geworden. Und ich habe wieder irgendwie ein bisschen was mit meinem Hals. Irgendwie, ich kriege es nicht weg. Ja, ich mache mir jetzt einen Kaffee. Hier, guck mal, da sprieß sogar schon, glaube ich, eins. Ich weiß es nicht. Ich habe dann meine ersten eigenen Kräuter. Finde ich echt cool. Wir haben gerade herausgefunden, ich schmecke immer nach Kaffee morgens. Und Tobi und ich jetzt kissen. Und Tobi schmeckt immer so richtig so nach Eistee. Eistee? Minze, Minze. Minze, Eistee und der Kaffee übertüncht meine frisch geputzten Zähne. Hier, du musst das mal aufschneiden. Die habe ich ja mit Nozella. Ich habe kein Backpapier mehr da. Nein, 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 du musst das einfach... Ja, oder? Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt so, Psch, Nozella. Das war heiß. Okay. Eigentlich sollten das so wie so Schoko... Ich weiß nicht was werden. Ist das gut? Ja, du hättest das verteilen müssen noch. Nein, scheiße. Das ist geil geworden. Ich wollte eigentlich... Jetzt muss ich es ja auch zeigen. Ich wollte eigentlich... Ey, wartet Leute, ich kriege es hin. Ja, ups. Oh, jetzt seid ihr beschlagen, scheiße. Das war jetzt ein bisschen zu heiß für euch heute. Also seht ihr, ich wollte halt, dass das so... Es ist halt voll schwer, das dann zuzukriegen, dass das Nutella da drin bleibt. Ja. Das Lied ist geil, oder? Ja. Ich fand es auch gut. Ich fand es auch sehr gut. Du wirst wieder an der Musik. Warte, ich lasse es noch am Anfang mal laufen. Mal gucken, ob er draufkommt. Ich habe mich gerade fertig gemacht für mein Video. Also, Haare bleiben nass, weil es nämlich um meine Haare gehen wird. Ich werde meine Haare, mein Everyday-Hairstyle plus drei coole Quick-and-Easy-Sommerfrisuren machen. Läuft, ne? So, und ja, jetzt werde ich hier erstmal ganz kurz dem Tobi die ganzen Dateien von Daily Mentee drüber spielen, damit er einfach das gleich bearbeiten kann. Easy. Und voll cool. Ich bin eben mit meinem Buch voll weit gekommen. Ich habe mich so richtig reingehangen in mein neues Fotobuch, Erinnerungsbuch. Total cool. Und ja, eben hat es hier ein mega Gewitter gegeben, voll gedonnert. Die Katzen, die so... Die haben es überhaupt nicht verstanden. Und jetzt... Öffne dich. Warum öffnet sich das Programm nicht? Ja, und jetzt... Tobi ist gerade oben. Der räumt seinen Kleiderschrank auf. Und dann bearbeitet der Daily Mentee. Ich werde jetzt hier noch mein Video fertig drehen und dann noch für ein anderes Video zwei Sachen drehen. Wir haben jetzt auch 15 Uhr schon. Und dann... Ja, muss Tobi noch irgendwas abholen bei einem Kumpel. Und... Da mag ich gehen. Ich habe ja voll Bock heute irgendwie... Aufwand zum Glück. Mag ich gehen. Ich brauche einen anderen Haken. Den suche ich dir jetzt, okay? Nee, brauchst du nicht. Ich kriege den gesucht. Hello. Ich kriege den gesucht. Ach so, ja. Das ist jetzt für ein Deutsch, ne? Ja, aber... Perfekt. Danke, danke. Ich weiß. Ach ja. Darf ich gerade so machen? Oder soll ich so machen? Ach, läuft die Kamera noch? Ja. Ach, los. Hey, guckt mal. Mein neues... Also, mein Tuch zum... 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 Abtrocknen vom Alori. Hab ich mir neu geholt. So ein Frotti. Ja, nicht so ein... Doch, das ist so... So ein Frotti? Frotti an... Ja, so so ein... Also, ich mag das so eigentlich ganz gerne, wenn man das so hat. Ja, das ist auch schön. Und was sagt ihr dazu? Das kann Eischen gar nicht. Es tut mir leid. Nur Milch. Ich liebe Milch einfach. Ja, aber dann kauf in kürzeren Abständen. Nein! Aber ich kann doch nicht für 10 Wochen Milch kaufen, sondern es ist kein normal. Guck mal, jetzt muss ich hier so ein pisswarmen Eis getrinken. Armer Tobias. Schmeiß deine Milch einfach raus. Was machst du mit meiner Milch? Was machst du? Oh, der hätte es mich jetzt geschlagen, wenn er was rauskommt. Ich hätte dich jetzt voll angestellt. Guck mal, habe ich euch das heute eigentlich schon gezeigt? Ich glaube, ich habe es euch schon gezeigt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt mein Video fertig gedreht. So, die Milch fliegt jetzt raus. Gar keine Milch. Zum Beispiel das hier, ne? Ist haltbare Milch. Ja, die kann raus. Die kann raus. Die ist... Ja, die kann so raus. Ja, nimm doch. Die ist angebrochen. Der Tobi ist so eine Zicke. Die ist angebrochen. Die ist angebrochen. Ja, das eine ist Mandelmilch, das andere ist Schokomandelmilch. Und das sind zwei normale... Die ist... Tobi. Manchmal hasse ich meinen Freund. Geht's euch auch so? Was ist hier mit? Das ist ja eine frische Paprika. Ja, und was ist hier mit? Das hast du eben rausgeholt, den letzten. Nee, habe ich nicht. Den letzten hast du rausgeholt. Du bist eine Lava-Backe. Schwör's. Ich schwör's. Ich schwör's, dass du den letzten rausgeholt hast. Nein, ich schwör's nicht, weil ich habe ihn nicht rausgeholt. Du hast eben für mich eine Packung von diesem Joghurt aufgemacht mit Erdbeeren. Nein, das war Vanille. Boah, schwör's. Schwör's. Schwör's auf die Katzen. Ohne Kreuz, dass du das nicht... Ich könnte ihn so richtig so... Machen, lernen Deutsch, genau. Lern Deutsch, genau. Ich so, hast du Schlüsse? Nein, ich so, ich habe Angst, richtig hatte. So. Diese Schlüsse einfach hammer. Der Tobi, hör mal. Heute, richtiger Styliger Jung, ne? Kleiner Styliger Bube. Doch, sonst auch. Fels wie die Stange. Wir haben einen Spezialparkplatz. Mit extra Türfreiheit. Großer Parkplatz. Ja, los geht's. Los geht's. Jetzt geht's. Essen. Ich habe Hunger. Toll, mir ist die Kamera ohne Scheiß gerade hingefallen, das kann doch nicht sein. Jetzt ist die vorne, hier und da kaputt. Aufgedötscht, richtig gedötscht. Ja, deswegen gibt's ja eigentlich dieses Bändchen, was man immer schön ums Handgelenk machen soll. Echt nervig. So, die? Schönen. Ich habe heute auch nur ein bisschen Joghurt, ein bisschen Obst. Das war's, gar nicht wirklich viel. Tobi hat ja meine aufgebackenen Brötchen gemacht. Jetzt kommt ja der Burger. Nein, du hast auch eine Hälfte. Das habe ich gesehen. Ja, ich habe ein Schokobrötchen erfahren gegessen. Na und? Ach so, ich habe gedacht, es ist ja dunkel, aber es ist hell. Ja, siehste mal. Siehste, siehste. Ich habe so Hunger. So Hunger, Hunger, Hunger. Hunger, 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 Hunger. Hoch? Ja. Das erzählt ja unsere Füße, wie wir hochgehen. Unser Essen ist da. Wald und Wiese, doppelt gemoppelt wie immer. Tobi im Burger mit Pommes und wir haben uns das Haus gemacht. Da ist Brot geholt. Mit Knoblauch-Sauce? Ja. Yes. Und ja, wir lassen es jetzt mal schmecken, ne? Jetzt seht ihr den Tobi los. Wegen der Schale. Jetzt seht ihr den Tobi. Der Tobi hat null Pfeil, was er mir schenken soll, weil ich habe ja auch in 10 Tagen Geburtstag, ne? Mir fällt die ganze Zeit, ich habe nur L.A. im Kopf und so und nicht meinen Geburtstag. Und er so, ich weiß nicht, wie ist das? Okay. Und jetzt sind wir gerade auf dem Thema. Tobi so, weiß Tobi, was du mir schenkst, ist ja, natürlich weiß ich das. Also, sorry. Habe ich das mal erwähnt? Ja, jetzt kommt das wieder. Immer zwei Monate vor seinem Geburtstag, habe ich das erwähnt, ist das, das und das. Habe ich mal drüber gesprochen? Ich sage dazu nichts, Tobi. Das kannst du wenigstens sagen, habe ich mal drüber gesprochen? Nein, ich sage da nichts zu. Tobi, Tobi, ich sage nichts. Sag doch das, meine Damen und Herren. Nein, lass dich doch überraschen. Das ist so anstrengend immer. Das geht dann immer ab, sagen wir, eigentlich geht es immer erst ab Juni los. Jetzt ist es schon in April und jetzt geht es schon los, super. Süße kleine Hexe. Hallo, kleine Hexe. Hallo, kleine Hexe. Kleine Mauzi. Kleine Mauzi, 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 Mauzi. Mauzi, 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 Mauzi. Mauzi. Komm, die chillt voll ab, die kleine Süße. Voll süß. Kleine Hexe. Du, kleine Hexe, du. Oder das. Ja, das von meiner Jacke ist cooler, ne? So, Leute, wir sind jetzt im Bett und es stockt dunkel. Wir sind so dermaßen müde. Und ja, keine Ahnung, wir werden jetzt einfach nur noch schlafen gehen. Wir sind eben wieder auf der Couch eingeschlafen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Und ja, wir wünschen euch eine gute Nacht.